Geschätzte Kunden und Partner, wie Sie sehen, haben wir hier im Technologiezentrum bereits den Betrieb wieder aufgenommen. Sie sehen hinter mir mehrere Vollautomationsanlagen, die in den nächsten Wochen und Monaten zu unserem Tochterwerk nach Cook Shanghai transferiert werden. Wir haben im 2023 auch weitere schöne Grossprojekte, die hauptsächlich mit Baugruppen zu tun haben. Das heißt, es ist nicht nur eine Spule, die gewickelt wird, sondern weiterführende Wertschöpfungsschritte, das bis zu einem Motor enden kann. Die werden auch hier im Team von der Produktentwicklung bemustert und in Betrieb genommen und womöglich nach einem Aussenstandort transferiert werden. Ich wünsche Ihnen nun einen guten Start ins 2023. Ich hoffe, dass ich Sie in den nächsten Wochen oder Monaten an einem unserer Aussenstandorte oder Tochtergesellschaften begrüssen darf. Ich wünsche Ihnen dort, dass ich Sie in den besten Fallein Vielen Dank.